Wir sind hier am Monte Paone, wo wir uns empfindungsmäßig an das Plattenklettern gerne annähern möchten. Die Platten des Monte Paone, wie wir sehen, erheben sich über den Olivengärten und bieten eben so Plattenkletterei über mehrere Seillängen. Und dann, wie der Schwenk zeigt, sind wir hier oberhalb der Dächern von Arco am Gardasee und haben von hier aus einen ganz wundervollen Blick bis hinunter zu Monte Paone mit der Antenne und links ganz im Hintergrund den Monte Paolo bis hinaus diese Ebene des Gardasees und rechts war die Botschaft drüber. Platten bieten gerade für Anfänger eine sehr gute Möglichkeit, mit dem Klettern zu beginnen, da sie geneigt sind und deshalb nichts Fruchteinflößendes haben. Von der Struktur her ist die Fläche das Flächenhafte auffällig. Dabei bemerken wir, wie unsere Sinne, unser Blick an den Platten wie widerstandslos entlang gleitet. Man könnte dies mit Wasser vergleichen, das über den Boden fließt. So gleitet unser Blick wie hindernislos über die Platten und sogar noch weiter bis in die umliegende Raumessphäre hinaus. Dies kann dabei ein beruhigendes Gefühl entstehen lassen. So hätten wir die Charakteristik und eine Empfindung zur Platte aufgebaut. Wie klettern wir am besten diese Form der Platte? Es ist vorteilhaft, so lange wie möglich ohne Hände im aufrechten Gang über sie zu gehen, da dies die Trittsicherheit fördert. Es ist interessant, sich bewusst zu machen, wie wir im natürlichen aufrechten Gang in einer vertikalen Linie zum horizontalen Boden stehen. So kann das vielleicht schwer fassbare Bild, wie es im Kletterführer beschrieben ist, von Bewegung, damit ist die Bewegung des Bodens gemeint, und Gegenbewegung, damit ist unsere Aufrichtung gemeint, entstehen. Sobald wir den Boden verlassen, müssen wir gemäß der Steilheit der Platte unsere Aufrichtung und den Körperschwerpunkt neu finden. Die blaue Linie zeigt die vorgegebene Steilheit der Platte, die rote, das vertikale Verhältnis des Kletterers dazu. Der Kletterer bringt sich in ein empfindsames Verhältnis zwischen vorgegebener Steilheit und seiner eigenen Aufrichtung. So kann man auch mehr Druck und Reibungsfläche auf die Sohlen der Kletterschuhe bringen. Die Fersen hängen tendenziell nach unten. Wenn wir uns im Gegensatz dazu wie eine Schlange kriechend oder krabbelnd bewegen würden, wäre dies nicht nur ein unästhetisches Bild, sondern auch klettertechnisch ineffizient. Viel schöner ist es, wenn sich über die Dynamik der Beine die Wirbelsäule aufrichtet und sich das Haupt erhebt. Wenn eine Platte senkrecht ist, wird sie als Wand bezeichnet. Auf sie gehen wir in der nächsten Sequenz ein.